Was freut mich ganz besonders, heute eine hochkarätige Runde an Markenführungsexpertinnen und Experten am Department Marketing begrüßen zu können. Wir haben im kommenden Sommersemester ein spannendes Projekt vor mit unseren Studierenden der speziellen Werbung und Markenmanagement und sie haben sich dankenswerterweise bereit erklärt, unseren Studierenden dieses Projekt einmal vorzustellen. Entgegen dem Spruch Ladies first möchte ich vielleicht doch zuerst mit Herrn Dr. Herrmann beginnen. Der Werbeslogan ihres Unternehmens ist, glaube ich, zu einem geflügelten Wort sehr vieler Eltern geworden. Wenn man also den Slogan hört, ist was Gescheites, dann, glaube ich, verbindet man sehr stark die Marke Iglo damit. Es ist jetzt so, dass in wissenschaftlichen Publikationen sehr gerne Definitionen gebracht werden, dass sehr gerne Abgrenzungsversuche gemacht werden. Eine solche Abgrenzung ist die zwischen Handelsmarke und Markenartikel. Ist das nur graue Theorie oder gibt es diese Unterscheidung zwischen Markenartikel und Handelsmarke auch in der Praxis? Und was zeichnet Ihrer Meinung nach einen Markenartikel aus? Ja, zuerst einmal zum Slogan, ist was Gescheites. Das ist bei Iglo nicht ein Slogan, sondern das ist unser Programm. Was Markenartikel betrifft, gibt es sicherlich, kann man nicht generell antworten, aber im Prinzip ein guter Markenartikel zeichnet sich aus durch Kompetenz des Herstellers, durch Qualität und diese Kombination sollte dann Vertrauen schaffen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Handelsmarken in all diesen Bereichen weder Kompetenz noch Qualität noch Vertrauen beinhalten, aber ich sage, oberste Prämisse eines Markenartiklers muss sein, diese drei Bereiche abzudecken. Und ich glaube, es ist auch ein schwerer Fehler, wenn ein Markenartikel Handelsmarken produziert in der gleichen Qualität wie seine Marke. Möchte ich dieses Thema gleich aufgreifen und meine zweite Frage an die Frau Mag. Karleitner von Unilever richten. Es gibt seit einigen Jahren eine Kampagne des Markenartikelverbands zum Thema Achten Sie auf die Marke und Ihr Unternehmen, glaube ich, beteiligt sich, wenn ich richtig informiert bin, sogar mit einigen Marken an dieser Kampagne. Vielleicht können Sie uns ganz kurz die Ziele der Kampagne und die Beweggründe für Ihr Unternehmen vorstellen, sich an dieser Kampagne zu beteiligen. Ich glaube, was Österreich, der Markenartikelverband, da geschafft hat über die letzten Jahre hinweg, ist einfach eine sehr starke Kampagne, die auffällt, die die Konsumenten wieder ein bisschen wachrüttelt und auch den Unterschied nochmal kommuniziert zwischen Herstellermarke und dem Markenartikel. Wir werden schon, im Ausland wird immer drauf geguckt und einige wollen es übernehmen, sie haben es noch nicht ganz geschafft. Wir sind auch seit Jahrzehnten dabei, weil es einfach darum geht, nochmal hervorzuheben, für was steht der Markenartikel, dass die Konsumenten darauf vertrauen können, über die Innovationskraft, die hinter dem Markenartikel steht. Und ich glaube, das ist uns in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelungen mit dieser Kampagne. Herzlichen Dank. Dritte Frage richte ich an Herrn Mag. Kuttil vom Unternehmen Mondelez. Ich weiß jetzt nicht, wie viele unserer Studierenden mit dieser Unternehmensbezeichnung wirklich etwas verbinden, aber ich bin sicher, sie verbinden sehr viel mit den Marken, die sie unter diesem Unternehmensdach vertreiben, wie Milka, wie Doblarone, wie Tassimo, wie Philadelphia. Und ich habe schon erwähnt, wir haben in der Marktforschungsübung im kommenden Sommersemester ein sehr spannendes Projekt vor, auch ein herausforderndes Projekt. Und zwar geht es im Wesentlichen darum, welche Markenwahlentscheidungen bei der Haushaltsgründung oder Hausstandsgründung getroffen werden. Und meine Frage wäre jetzt, welche Erwartungen haben Sie an dieses Projekt und warum ist gerade die Markenwahlentscheidung junger Leute so wichtig? Jetzt im Stichwort jung. Mondelez ist ein junges Unternehmen und es gibt es erst seit einem Jahr. Aber die Marken selber sind Traditionsmarken, die es seit ganz, ganz vielen Jahren gibt. Und das Vertrauen der Konsumenten ist das, was für uns ganz, ganz wichtig ist, weil die Konsumenten, die den Marken vertrauen, die kaufen am Ende auch. Und die Frage, die sich jetzt stellt im Rahmen dieser Übung, ist auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, gerade bei jungen Menschen. Warum entscheiden Sie sich für bestimmte Marken oder warum entscheiden Sie sich auch für bestimmte Marken nicht? Und welche Beweggründe stehen dahinter? Ist es Preis? Ist es Vertrauen? Was sind die Themen? Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Ergebnisse. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben, trotz eines, wie ich vermute, sehr vollgefüllten Terminkalenders heute diese spannende Aufgabenstellung für unsere Studierenden zu präsentieren und wünsche Ihnen und vor allem natürlich Ihren Marken weiterhin viel Erfolg in der Zukunft. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.